Wer kann behaupten, auf so einer Trauheit einmal gewesen zu sein, wo jemand hundert ist? Es ist derselbe. Es ist ein Geschenk auch des Lebens, das man so wohlbehütet und sorgt. Und seine tollen Familie diesen Weg bis dem ging. Ja, sie nehmen Abschied. Liebe Familie, verehrte Trauende, von ihrer Mutter, ihrer Großmutter, Urgroßmutter, wurden gekannt. Und doch, wie sie sagten, liebe Frau Gruber, da immer ein reger Austausch zwischen ihnen war. Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derer, die an ihm denken. Neben dem Trauer, neben dem Schmerz des Verlustes, sollte auch diese dankbare Erinnerung, dieses Lächeln einen Platz haben. Und wie sie strahlt und glücklich ist. Untertitelung des ZDF fL hoch haben. Untertitelung des ZDF, 2020